Es hat mir sehr gut gefallen. Es war ironisch, witzig, temporeich, aber es hat die Oper, das Libretto wie die Musik nicht durch den Kakao gezogen. Ich finde die Inszenierung sehr gelungen. Eine schöne Mischung mit klassischen Elementen, die man reinhat in eine moderne Inszenierung. Es hat sehr gut funktioniert. Ich fand die Inszenierung fast ein bisschen brav. Ich habe in diesem Haus schon radikalere Inszenierungen gesehen, habe mich aber sehr amüsiert. Es war ein sehr schöner Abend. Gesanglich, stimmlich, schauspielerisch fantastisch. Das Bühnenbild fand ich großartig. Ich fand es sehr, sehr spannend. Den ersten Teil ganz anders als den zweiten Teil, weil der erste Teil hat so sehr viele Spielebenen, die sich überlagern, während der zweite Teil doch sehr viel an Ernst gewinnt. Ich brauchte eine Weile, aber jetzt zum Schluss war ich ziemlich überzeugt, vor allen Dingen, weil es ernsthafter wurde. Ich habe es wirklich gefühlt. Ich liebte, wie die Produktion war. Wir waren gerade darüber gesprochen. Ich denke, diese Oper, von allen von Mozart's Operas, ist die stupide Geschichte. Ich meine, man kann es nicht wirklich machen, es muss doch richtig sein, also warum nicht alles rausgehen und es machen? Und ich dachte, es war vokalisch phänomenal. Die Zentrale Quartette war einfach sehr, sehr, sehr gemachscht. Es war wunderbar. Und es hat mir ausgesprochen gut gefallen, wie auch gespielt wurde, wie amüsant das Ganze in Szene gesetzt war. Vielen Dank. Vielen Dank.